Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Auch wichtige medizinische Geräte, die auf digitale Daten angewiesen sind, waren nicht funktionsfähig. Um die Patientenversorgung dennoch sicherzustellen, musste das medizinische Personal sofort auf manuellen Betrieb umstellen. Dies bedeutete, dass alle patientenrelevanten Informationen handschriftlich dokumentiert und manuell übermittelt werden mussten. Operationen, die nicht lebensbedrohlich waren, wurden verschoben und geplante Ambulanztermine mussten abgesagt werden. Die Notaufnahme des Klinikums war überfüllt, da eine Weiterleitung von Patienten an andere Krankenhäuser durch die IT-Störung erschwert wurde. Der IT-Abteilungsleiter des Klinikums, Dr. Klaus Werner, erklärte, die genaue Ursache des Ausfalls ist noch unklar, doch es deutet alles auf eine Cyberattacke hin. Unser IT-Team arbeitet rund um die Uhr daran, die Systeme wiederherzustellen und mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Der geschäftsführende Direktor des Klinikums Stuttgart, Dr. Michael Huber, äußerte sich zu den Vorfällen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Patienten und deren Angehörige zutiefst. Unser oberstes Ziel ist es, die Sicherheit und das Wohl unserer Patienten zu gewährleisten. Dank der außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft unseres gesamten Personals konnten wir eine Notfallversorgung sicherstellen. Auch das Innenministerium von Baden-Württemberg hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. Innenminister Thomas Strobl sagte, Cyberangriffe auf Gesundheitseinrichtungen werden zunehmend zur Bedrohung. Wir müssen unsere Infrastruktur gegen solche Angriffe effektiver schützen. Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und den betroffenen Einrichtungen ist in solchen Krisen von entscheidender Bedeutung. Experten sind sich einig, dass Krankenhäuser weltweit zunehmend ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Diese Angriffe zielen darauf ab, enorme Schäden zu verursachen und hohe Lösegeldsummen zu erpressen. In vielen Fällen haben Cyberangriffe existenzbedrohende Ausmaße, wie jüngste Beispiele aus den USA und Großbritannien zeigen. Am Montagmorgen konnte das Klinikum Stuttgart nach intensiven Reparaturarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen damit beginnen, einige der betroffenen Systeme wieder in Betrieb zu nehmen. Die jüngste IT-Störung hat gezeigt, wie abhängig moderne Krankenhäuser von digitalen Systemen sind und welche Herausforderungen im Falle eines Ausfalls entstehen können. Oberbürgermeister Fritz Kuhn betonte in einer Pressekonferenz, Die Vorfälle sind ein Weckruf für uns alle. Wir müssen sicherstellen, dass unsere kritische Infrastruktur resilient gegen solche Angriffe ist. Dies erfordert nicht nur Investitionen in Technologie, sondern auch in die Schulung von Personal und die Entwicklung robuster Notfallpläne. Die Verantwortlichen hoffen, dass der vollständige Betrieb des Klinikums Stuttgart in den kommenden Tagen wieder aufgenommen werden kann und die laufende Patientenversorgung keinerlei weitere Einschränkungen unterliegt. Autor Anita Fejicke mit Datum am 22. Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.